Leute, letztes Mal habe ich euch was vom linken Haken erzählt, ein linker Haken wie ein Revolver aus der Hüfte heraus, aus dem toten Winkel. Heute reden wir über den Jet, der Jet ist der wichtigste Schlag im Boxen, Selbstverteidigung. Und es gibt verschiedene Varianten vom Jet, manche die schlagen von hier, manche schlagen einfach klassisch von hier. Und ich zeige euch heute eine Variante, wie man richtig viel Power rausbekommt, aus einem toten Winkel. Und zwar von hier, ich stehe hier etwas seitlich, hier so, ich stehe hier so, und dann kriege ich diese Kraft hin, indem ich meinen Kopf von hier nach da bewege. Und das sieht dann in der Aktion, sieht das dann so aus. Und ist auch gut, wenn ihr manchmal trainiert ohne Handschuhe. Für die Selbstverteidigung, hier. Ich stehe hier. Schuh!